Da hatten wir viele Fragen an die Amerikaner und der NSA hat uns hier Auskunft gegeben, auch gedeckt durch die zuständigen Mitarbeiter im Weißen Haus, also darauf muss ich erstmal vertrauen. Ich habe jedenfalls keinen Anlass, dem nicht zu vertrauen und wenn neue Vorwürfe aufkommen, werde ich denen natürlich sofort nachgehen. Also es ist erst einmal festzuhalten, Frau Willen, ich finde es schon wichtig, wenn es um Amtseide geht, finde ich es schon wichtig, auf deutschem Boden haben wir im Augenblick keinen Anlass zu sehen, dass die NSA flächendeckend Deutsche ausspioniert.